Willkommen an alle. Eröffnen wir mit einem Gebet. Heiliger Gott, wir danken dir für deine Güte und dass du über uns wachst. Bitte führe uns und segne uns, wenn wir versuchen, uns besser zu verstehen und somit auch dich besser verstehen. Wenn wir nun in das Thema der Erschaffung eintauchen, dann gib uns einen Funken von der Erkenntnis über Göttlichkeit vereint mit der Menschlichkeit. In Jesu Namen. Amen. Ich hatte ein paar Fragen bekommen und ich weiss nicht, ob ich alle beantworten kann. Ich entschuldige mich dafür und gehe über die Fragen und wenn ich sie nicht beantworten kann, dann werde ich es einfach sagen. Fühlt euch frei, sonst auch Fragen zu stellen und ich werde auch euch Fragen stellen. Frage Nummer 1 Warum wurde Adam zuerst geschaffen? Was heisst das? Und viele Leute wissen nicht, wie sie antworten sollen. Also warum wurde Adam zuerst geschaffen? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ich kann dich nicht hören. Was sind eure Gedanken? Adam zuerst. Adam zuerst. Also Adam zuerst. Eine andere Option. Eva zuerst. Dritte Option. Zusammen. Sie wurden zusammen gleichzeitig geschaffen. Ich vermute, die Person stellt diese Frage, weil er davon ausgeht, dass Adam zuerst geschaffen wurde. Und wenn Eva zuerst geschaffen worden wäre, dann wäre die Frage, warum wurde Eva zuerst geschaffen? Wir sollten, aber würden wir das auch? Ich denke, die meisten würden das nicht fragen. Wir würden eine andere Frage stellen. Warum wurde Eva als Zweite geschaffen? Wenn wir eine Frage stellen, dann schwingt immer so das patriarchalische Denken in uns. Und wir müssen von diesem Gedanken wegkommen, dass wir uns in dem patriarchalischen Denken befinden bezüglich diesem Thema. Und die zweite Frage ist, ist die Ordnung und ob sie zusammengeschaffen worden sind. Aber nein, sie wurden nicht zusammengeschaffen. Die wurden in einer Reihenfolge geschaffen. Und die andere Frage ist, warum Eva aus der Rippe geschaffen wurde. Adam wurde aus der Erde geschaffen und Eva wurde aus einem Teil von Adam geschaffen. Und weil wir jetzt tausende von Jahren später leben, in einer korrupten Welt, wo Männer regieren, haben wir die Tendenz zu denken, dass es nicht fair ist. Aber wir müssen davon wegkommen und wir müssen uns fragen, warum das Gott in dieser Reihenfolge den Menschen geschaffen hat. Und wenn du Gott wärst, was hättest du getan? Versuch, das zu beantworten. Was hättest du getan? Hättest du die zusammen geschaffen, auf einmal? Und hättest du sie gleich geschaffen oder anders? Du hättest sie gleich geschaffen, also beide gleich. Ich hättest sie gleich geschaffen. Ich hättest sie gleich geschaffen. Ich hättest sie aus gleichem Material geschaffen, zur gleichen Zeit. Okay. Also sag mir, wie du das gemacht hättest. Also ich bin nicht sicher. Also du würdest sie gleichzeitig schaffen und ausgleichen. Und stellen wir jetzt Gott in Frage, sagen wir, wir stimmen nicht überein. Und würde ich jetzt sagen, ich hätte es anders getan, wenn ich der Schöpfer gewesen wäre, wenn du es anders getan hättest? Vielleicht bringen wir zum Ausdruck, dass wir den Plan nicht verstehen, den Gott gehabt hat. Also eure Option wäre dann einen anderen Plan, anstatt den Plan Gottes zu verstehen. Und wenn wir zu diesem Stadion kommen, dann sagen die Leute, nein, ich bin nicht gegen Gott. Und ja, versuchen wir jetzt zu verstehen, warum Gott es auf diese Art gemacht hat. Ist es ein Unterschied, zuerst die Frau zu schaffen und dann den Mann? Warum hat das Gott so gemacht? Gedanken dazu? Okay. Ist da ein Unterschied zwischen Mann und Frau? Das ist kein Unterschied. Also wenn wir zu dem kommen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, beginnen wir damit. Stimmt da jeder mit der Mitte überein, dass es keinen Unterschied gibt? Wenn man biologisch die Unterschiede sieht, was lehrt das uns? Sie haben verschiedene Rollen und Funktionen. Und das zeigt die Gottheit, wenn wir Gott betrachten, dann sind sie eigentlich auch gleich, die Gottheit. Stimmen wir damit überein? Jede Persönlichkeit von Gott ist nicht ganz genau gleich. Die haben verschiedene Rollen, sie sehen ein bisschen anders aus, sie benehmen sich ein bisschen anders. Aber wenn man diese Unterschiede nimmt und sie als oberblechlich anschaut, und wenn man die Essenz der Göttlichkeit anschaut, dann stimmen wir überein, dass sie gleich sind. Und wenn wir da zum Menschen kommen, sehen wir auch, dass es das Gleiche ist. Und wenn wir da hin kommen, und wenn wir dann sie in einer Reihenfolge schaffen, spielt es keine Rolle, welcher zuerst kommt. Also wenn es keinen Unterschied gibt, dann kannst du eine Münze werfen und dann sagen, ja, Adam zuerst oder Eva zuerst. Wir würden das so machen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann teilt mir das mit. Also wenn wir mit der ersten Person beginnen, woraus würdest du das schaffen? Würdest du mit dem Finger schnippen und sie so schaffen? Also es gibt viele Möglichkeiten, den Menschen zu schaffen. Fragen wir uns, warum hat Gott den ersten Menschen aus der Erde geschaffen? Was ist der Grund dafür? Alles ist ein Gleichnis. Wir müssen genau definieren, warum hat Gott die erste Person aus der Erde geschaffen? Also Gott hätte einfach Adam berufen können und aus dem Nichts mit Worten schaffen können. Warum aus der Erde. Warum aus der Erde? Der Grund ist, die Erde ist, weil wir Erde bereits haben. Wir haben die Luft und das Meer. Also warum die Erde? Wir wissen, dass wenn eine Person stirbt, dann wird es wieder zur Erde. Und die Erde ist ja der Beginn, und wenn man am Ende stirbt, dann wird man wieder zur Erde. Haben wir ein Bibelvers, wenn man die Erde ist. Es ist ein Bibelvers, wenn jemand weiß, es sagt, es ist Ashes zu Ashes, Dust zu Dust. Haben wir ein Bibelvers von Erde zu Erde? Maybe it was not supposed to be there, so I don't think that's a good reason. Okay, so it's never supposed to be any death, so. It doesn't agree with Tamina. Tamina, hast du ein Problem damit? Verstehst du die Logik? Ja? Weitere Anregungen? Okay, so you defeated Tamina? Verstehst du das? They already know it. I don't know. So. I don't know. So. I don't know. So. So. Here. Now we can. I have to know. I know we are still here. And now we can. Ich glaube, es ist die Erde, weil es von dieser Welt ist und die Welt ist ein Schauplatz für das Universum. Und wir zeigen der Welt, was mit der Menschheit geschieht auf dieser Welt. Nehmen wir ein bisschen Wissenschaft dazu. Also ich erwarte nicht jetzt eine Antwort darauf. Ist Gott beschränkt? Ist er limitiert auf ein Material? Oder Gesetz? Hat er gesetzliche Limitationen? Die Antwort darauf würde ich jetzt mit Ja beantworten. Gott lebt in einer geistlichen Welt, aber auch in einer physischen Welt. Und in der physischen Welt gibt es Gesetze. Und wir wissen alle von unserer eigenen Existenz. Wir können so weit zurückgehen, wie wir wollen. Nebst den Wundern, die geschehen, so wie das Universum funktioniert, ist sehr mechanisch. Und menschliche Wesen haben sehr viel schon herausgefunden, wie das funktioniert. Also Gott erschafft menschliche Wesen. Und wenn sie mal geschaffen sind und Gott sagt dann, du machst jetzt Schöpfung, wie macht dann das der Mensch? Der Mensch macht das nicht als Stein oder er tut nicht menschliche Körper sezieren. Also er kann nicht die gleichen Mechanismen verwenden, wie Gott es tut. Und wir können aber trotzdem sagen, dass menschliche Kreationen ähnlich sind wie die von Gott. Stimmen wir damit überein? Also wenn wir von dieser Voraussetzung starten, können wir jetzt damit anfangen. Also wenn wir von dieser Voraussetzung starten, benutzen, benutzen das gleiche Material, wie Gott benutzt hat, um zu schaffen. Also Menschen lernen von der Schöpfung, von Gottes Schöpfung, wie sie Dinge schaffen. Dass, wenn sie schaffen, also menschliche Wesen schaffen, woraus? Sie nehmen das gleiche Material, wie sie selber geschaffen sind. Also wenn wir die drei Elemente nehmen von diesem Planeten, Wasser, Luft und Erde, Wasser, Luft und Erde, was steht uns am nächsten von diesen dreien? Das meiste ist in der Erde. Einmal, wenn wir geschaffen sind, wie lebt man dann weiter? Was ist der Mechanismus, damit das Leben erhalten wird? Das ist Wissenschaft, nicht Religion. Wir bauen das Essen an und leben davon. Wir müssen atmen und trinken, Aber wir müssen nicht unbedingt trinken. Wenn du Früchte isst oder Gemüse, du hast dann alles Wasser daraus. Aber wir müssen atmen. Aber wir müssen atmen. Also was ich vorschlage, Also wenn Gott schafft, er muss als etwas schöpfen. Und damit uns das Leben erhalten bleibt, müssen wir essen. Und nebst der Photosynthese kommt alles aus der Erde. Dann ist das so ein Kreislauf. Und deshalb glaube ich, dass die erste Person aus der Erde geschaffen wurde. Weil wir die gleiche Natur wie die Erde haben und sind. Was sehr ähnlich ist mit dem, was Radka und Peter gesagt haben. Radka gab eine geistliche Antwort. Aber ein Wissenschaftler sagt, wir sind aus dem gleichen Material geschaffen. Also auch wenn so eine Kreation übernatürlich scheint, ist es sehr mechanisch. Jetzt gehen wir zum Zweiten. Warum wurde die zweite Person anders geschaffen? Gott hätte es auch auf die gleiche Art schaffen können aus der Erde. Aber Peter hat gesagt, wenn wir etwas machen, wenn wir es schaffen, wenn wir Kinder machen, die gleichen Elemente darin sind, wie wir sind. Also wir haben auch das gleiche Verständnis von der Verpflanzung und Kinder zu haben. Also die zweite Person wurde aus einem Teil der ersten Person geschaffen. So werden auch unsere Kinder geschaffen. Aber das Konzept ist gleich. Und was versucht Gott damit uns zu zeigen? Wir machen nicht eine geistliche Sache daraus, dass sie nicht über dem Mann ist oder unter dem Mann und so weiter. Aber warum wurde sie nicht gleich wie die erste Person geschaffen? Weil wir auch so erschaffen würden. Also die erste Person wurde aus der Erde geschaffen. Die zweite Person wurde aus einer anderen Person geschaffen. Und ich frage, warum? Und Tamina sagt, es war ein Bauspiel, wie wir schaffen würden. Und das Einzige, was wir schaffen können, ist ein Teil von uns hergeben. Können wir damit übereinstimmen? Mit diesem Prinzip. Das ist eine Pflanze für einen Menschen. Prokreation oder Babys haben. Das ist der Plan, den wir von uns selber kreieren würden. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig, dass wir aus uns selber schöpfen? Wenn ihr nicht sicher seid, geht zurück und erinnert euch, was Adam gesagt hat, als die zweite Person geschaffen wurde. Das ist Knochen aus meinem Knochen und Körper aus meinem Körper. Was versucht er zu sagen? Ganz einfach gesagt. Die sind aus gleichem Material. Sie haben das gleiche Material. Das Element, etwas von sich selber zu geben. Ein Element der Vereinigung aus einem Material. Die Gemeinsamkeit zu haben. Lassen wir das so stehen. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig, Peter? Dass man aus sich selber etwas erschafft. Allgemein die Menschheit. Allgemein die Menschheit. Es wird gesagt, es ist wichtig für Adam, weil es ist wichtig für uns alle und wir können diese Emotionen teilen. Und warum ist es wichtig, das auf diese Art zu tun? Du hast nur das Gefühl, eins mit jemandem zu sein? Du hast nur das Gefühl, eins mit jemandem zu sein? Er hat einen Gefährte gehabt. Aber Gefährte kann irgendetwas sein, aber wir wollen wissen, warum auf diese Art. wir lernen, wie Gott arbeitet. wie Gott arbeitet. Peter, ich mag das. also sie ist ein Bild von ihm, weil es und das ist das gleiche Prinzip, wie er es ist. Und wenn du Kinder anschaust, dann siehst du dich in ihnen. Und jetzt machen wir eine Zusammenfassung. Die Frage war, warum wurde Adam zuerst geschaffen? Was bedeutet das? Ich würde vorschlagen, so wie die Frage gestellt wurde, der Rahmen hat eine negative, also ich denke, es ist negativ, weil es die sündhafte Welt ist, in der wir leben. Wir haben in einer anderen Welt gelebt, in einer sündlosen. Ich würde das nicht in diesem Rahmen die Frage stellen. Wenn Leute Fragen stellen und wir sagen, wir wissen das nicht, in der Frage schwingt das so mit, warum der Mann zuerst? Warum kommt die Frau danach? Aber das sieht man ja in der Kreation und es hat so einen negativen Touch da drin. Und mein Vorschlag ist, und wir nehmen diese negativen Touch da heraus, wir nehmen dann diese Sündenfrage mal raus und fragen dann, warum in der Reihenfolge als erstes? Warum aus der Erde? Und das zweite, warum aus dem Körper des Ersten? Das sind die drei Fragen. Wir haben Nummer zwei beantwortet. Gott hat aus der Erde geschaffen, weil alle Elemente in der Erde drin sind schon. Und um unsere Körper zu erhalten, wir haben das wenigstens oberflächlich beantwortet. die dritte Frage, warum die zweite Person aus der ersten Person geschaffen wurde. Um uns zu zeigen, die Verbundenheit der zwei aufzuzeigen und die Einheit der beiden Personen. Wir hoffen, dass wir diese Fragen jetzt beantwortet haben. für mich scheint es, so bei der ersten Person wurde Arbeit benötigt, also ein Aufwand, und bei der zweiten kann man das in Verbindung setzen mit Beziehung, dass die Beziehung notwendig ist. Und ich möchte noch auf die erste Frage zurückkommen. Der erste Teil war, warum wurde das in der Reihenfolge gemacht und nicht zusammen? Hat jemand eine Idee dazu? Ich weiß nicht, wie es ist in Heaven ist, wenn es Zeit gibt. auf dieser Welt gibt es immer immer eine Reihenfolge. Bei allem gibt es eine Reihenfolge im ganzen Universum und in der Wissenschaft. Das gab ihm die Möglichkeit, die Einsamkeit zu erleben und den Wunsch daraus entstand, jemanden an seiner Seite zu haben. Warum in der Reihenfolge? Wir haben hier die Antwort von Peter. Er konnte verstehen, was Einsamkeit heißt und dass er einen Kumpane braucht oder möchte. Warum sind das drei Götter? Das ist sehr eine heikle Frage, ein heikles Thema und warum nicht ein Gott? Warum sind es drei? Mehr Köpfe, mehr Gehirn, Beziehung, damit eine Zusammenarbeit stattfinden kann untereinander? Wir können hier mal aufhören. Wir können diese Frage beantworten, warum es eine Reihenfolge gibt. diese Idee, dass die zweite Person aus der ersten Person kreiert wurde, bringt diese Bande der Vereinigung Gleichberechtigung zusammen. Wenn wir mit der Gleichberechtigung, mit dem Gleichberechtigungsgedanken denken, dann fordern wir schon, dass alles zusammen geschaffen wurde. Wir müssen mehr darüber nachdenken, ja. Wir lernen über Gleichberechtigung und haben aber Hierarchien in der Bewegung. Wir lernen über Gleichberechtigung und trotzdem haben wir Hierarchien in der Bewegung. Da scheint ein Konflikt zwischen Gleichberechtigung und Hierarchie. Wie sieht es im Himmel aus? Was heißt, wir regieren mit Gott? Uns wird gesagt, dass wir gleich wie Gott werden. Was bedeutet das? Wir gehen zurück zur Hierarchie in der Bewegung und im Himmel und wir setzen das gleich mit Gleichberechtigung. Und jetzt brechen wir diese Frage herunter. Wir lernen alle über Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. Wir haben alle unser Verständnis über Gleichberechtigung und trotzdem haben wir die Hierarchie und das haben wir in der Bewegung. Und wie sieht es im Himmel aus? Wir sollten mit Gott regieren im Himmel. Das heißt, wir sind gleich wie Gott. Wie bringen wir das alles zusammen? Was sind Gedanken dazu? Was sind Was sind Wir können nicht gleich sein wie Gott, weil er hat uns geschaffen. Er hat uns das Leben gegeben. Wir sind das Geschöpf. Er ist der Schöpfer. Ist es das, was du sagst? Kannst du jemals gleich sein wie deine Kinder? Sie sind geschaffen, du bist Erschaffende auf einer gewissen Ebene ja. Auf einer gewissen Ebene können wir auch gleich wie Gott sein. Ja? Did you say yes or no? kannst du die Logik sehen? Gott würde immer vorne sein. wirst immer grösser sein als deine Kinder, also nicht physisch. In einigen Dingen sind die Kinder besser als ich. Wenn deine Kinder älter werden, zwei Kinder und dann Eltern, also ihr seid zu viert, wie sieht es aus, wenn die groß werden und die Kräfteverteilung innerhalb der Familie? Ich meine nicht in einer bösen Welt, sondern in einer guten Welt. Wie sieht es dann aus? Also die Eltern haben die Macht über die Kinder. Hier sind dann die Eltern. Wie sieht das aus? Wir reden über die Kräfteverteilung innerhalb der Familie. Zu Beginn hast du gesagt, die Eltern stehen über den Kindern. Jetzt reden wir zuerst über die Eltern. Eltern untereinander. Die sind gleich. Von Anfang an. Ja. Die sind unterschiedlich. Es hat schon physische Unterschiede, klar. Die sind verschieden. unterschiedlich. haben Familie, Eltern, die sind gleichberechtigt und trotzdem unterschiedlich. Jetzt gehen wir zu dieser Frage da oben. Was ist die Hauptrolle der Eltern am Anfang? Was tun die Eltern? Die erschaffen. Wie sieht das aus? sieht das aus? Adam, who does that look like to you? Who's equal, different and created? Who's equal, created? unterschiedlich und erschafft. Gott? Ist das verständlich? Das ist Gott. Gott schafft. Wir haben hier ein Kind und wir haben noch ein weiteres Kind. Kind eins und zwei. Und wie ist die Kräfteverteilung hier unter den Kindern? Das ältere ist stärker? Nein, es ist nicht stärker. Was dann? Gleichberechtigt? Ich frage nicht, was du möchtest, dass sie sind. Ich frage, was sie wirklich sind im richtigen Leben. das eine ist sechs Jahre alt und das andere sechs Monate alt. Die sind nicht gleich. Da gibt es einen Kräfteunterschied zwischen ihnen. Am Anfang ist es nicht sichtbar. Vielleicht. Aber wenn sie grösser werden, wird dieses Kräftemessen grösser. Von Baby zu Kleinkind, dann Teenager und dann Erwachsen. Kräfteunterschied sind nicht gleich. Was tun wir hier? Hinschreiben. Vergleichen und Gegenüberstellen. Gott und Person Gleich, nicht gleich. Erschaffen und sie sind erschaffen. Sind sie unterschiedlich? Ja, sie sind. Sie sind Hier ist ein Unterschied. Ich mache hier ein Fragezeichen und ihr sagt Ja. Ich möchte nicht, dass es patriarchalisch klingt. Ein Elternteil geht arbeiten, das andere ist zu Hause. Einer kocht, der andere nicht. Die sind unterschiedlich. und die Kinder sind sie unterschiedlich. Ich rede nicht von der Persönlichkeit, ich rede von der Kräfteverteilung innerhalb der Familie. Die sind nicht unterschiedlich. Stimmen wir damit überein? Hier beginnen Probleme und vor allem wenn es ein Mädchen und ein Knabe ist, dann fragen wir, ob es anders ist, unterschiedlich und das ist das, was wir in der Erziehung falsch machen. Das eine ist nicht besser als das andere, aber wir wissen alle, wenn da ein Altersunterschied ist, und wenn es Zwillinge sind, was geschieht dann? werden sie Rivalen, die kämpfen. Kein Double zum Beispiel oder andere Zwillinge. Da ist dann ein Kampf zwischen ihnen. Sind sie unterschiedlich? Nein, die sind nicht unterschiedlich, aber sie glauben, sie sind. Das ist der Mensch. Menschen. Wenn wir da diese Kräfte sehen, das sind immer die Erfahrungen von uns. Der Paulus sagt, als ich ein Kind war, dachte ich wie ein Kind, aber wenn ich größer wurde, wenn ich erwachsen wurde, da dachte ich wie ein Erwachsener. Haben wir hier keine Fragen mehr? Gehen wir voran? Gehen wir mit dem Menschen, weil das Weltliche was tut es, wenn wir über Gleichnisse nachdenken? das zeigt das Göttliche. Das Weltliche zeigt das Himmlische. Also wenn du wissen willst, wie der Himmel funktioniert, musst du diese Kräfte Verhältnisse auf der Erde studieren. Jetzt können wir hoffentlich verstehen, wir gehen mit den Kindern zuerst. Wenn die grösser werden, was sollte es dann geschehen? Was ist der Unterschied zwischen einem 10-Jährigen und einem 10-Tage alten Kind? Was ist ein großer Unterschied? Zehn Jahre machen einen großen Unterschied. Da haben wir dann einen 65-Jährigen und einen 75-Jährigen. Was ist denn hier der Unterschied? Keiner. Da ist kein Unterschied mehr. Das zeigt auf einem einfachen Weg, wenn diese Kinder als Menschen groß werden, kann man verschiedene Geschichten hinhaben, von Eden zu Eden. Wir können vom Sterblichen zum Unsterblichen gehen. Wir können vom Anfang des Himmels bis zum Miletnium gehen. Immer wenn wir über Reife reden, was wissen wir dann? Wir starten als Ungleiche und während wir reifer werden, verschwinden diese Unterschiede. Und am Ende sind wir gleich. auf diesem Planeten so wie Tamina gesagt hat, wo endest du dann? In der Erde. Alle werden dann gleich. Das ist die Geschichte von Menschen. Wir sehen alle, dass Kinder enden am Schluss alle als gleich. Die Eltern sind immer gleich, also gleich berechtigt. Und jetzt schauen wir was an. Die haben wir zusammen angeschaut, die Eltern und dann die Kinder. Und jetzt schauen wir das zusammen an. Das war die Frage, was heisst, wenn wir mit Gott regieren? Also denk nicht über deine Familie nach. Denk nicht über andere Familien nach. Denk über eine gute Familie nach. Eine ideale Familie. Wie denkst du, funktionieren sie? Wie interagieren sie zusammen am Ende, wenn sie reif sind? sie sind gleich und die Eltern sind auch gleich. Wie sieht deine Beziehung mit den Kindern aus, wenn sie 40 sind und du bist 70? Wie sieht die Beziehung aus? gleich? Ich würde vorschlagen, dass sie gleich sind. Gleichberechtigt. Die sollten gleichberechtigt sein, ja. Und wir stimmen damit überein, auch wenn es in den Familien nicht so ist, die du kennst. Wenn du umschaust, deine Erfahrungen zeigen, jeder einzelne von euch sind alle Kinder, aber alle Erwachsene habt ihr alles diese Kräfteverteilung erfahren mit euren Eltern und wenn ihr erwachsen wurdet und deine Eltern alt sind was hättest du erwartet? Was wäre das Richtige? Ist es richtig zu warten, bis die Eltern ihren Hintern nicht mehr selber reinigen können? Die können nicht mehr alleine ins Bett gehen und sie brauchen euch? Muss man so weit kommen, bis du ihnen gleichberechtigt bist, mit ihnen gleichgestellt bist? Dass sie auch nicht mehr über ihre Finanzen stehen? Muss man so lange warten, bis du die Gleichheit erlangst mit ihnen? wie wäre es, sie wenn die Eltern dich behandelt hätten, wie du ein Kleinkind bist? Also, ihr müsst nicht ein Zeugnis ablegen, aber das zeigt dieses Szenario ich möchte vorschlagen, dass viele Eltern ihre Macht nicht abgeben, wenn das Kind erwachsen ist. Sie möchten trotzdem ihre Kinder immer noch kontrollieren, sie trauen den Kindern nicht, sie vertrauen ihnen nicht, sie möchten ihre Macht behalten, und du weisst, dass die meiste Zeit dass sie gar nicht fähig dazu sind, diese Macht auszuüben, aber sie machen es trotzdem. Also für mich heisst das, wenn man die Frage stellt, was bedeutet mit Gott zu regieren, diese Kräfteverteilung, wir wissen, dass Eltern anders sind, unterschiedlich sind, und Kinder haben verschiedene Persönlichkeiten, aber sie sind nicht anders. Und wenn wir zum Ende kommen, hast du nicht zwei Eltern und zwei Kinder, was hast du dann? Wir haben vier Erwachsene. Jeder ist ein bisschen anders, der eine ist stark, der andere nicht. und ohne blasphemisch zu wirken, ich glaube, das bedeutet, mit Gott zu regieren, ohne dass wir Gott minder machen. Wenn es hier um Regieren geht, dann kommen wir zu einem Punkt, wo vier Erwachsene zwei Götter und zwei Menschen zusammenkommen und sie die Macht teilen. Und es ist nicht so, dass wir Gottes Stelle übernehmen, dass wir cleverer sind als Gott, dass wir Gott anerkennen, anerkennt, dass er mit uns die Macht teilt. Aber eine Anerkennung, dass diese Geschöpfe, die geschaffen wurden, die Reife dazu erlangt haben, und die Beziehung, die man jetzt haben kann miteinander, ist stärker, besser und gesünder, als sie vorher gewesen ist, als damals, als sie klein waren. Und ohne blasphemisch zu wirken, ich finde jetzt dieses Zitat nicht von Ellen White, aber sie sagt, die größten Fehler, die Eltern machen können, ist, wenn Kinder größer werden, dass Eltern immer noch Macht auf ihre ihre Kinder ausüben. Statt dass sie die Schlüssel übergeben, wollen sie immer noch die Schlüssel behalten. Die machen den Fehler, dass sie die Macht nicht den Kindern übergeben wollen. sie wollen die Macht nicht teilen. Und Gott ist bereit, das zu tun mit uns. Er will seine Macht mit uns teilen. Weil das gut ist, für wen? Für wen ist das gut? Für alle. Für alle. sie und wir denken, Gott braucht uns nicht. Und wir sind die, die Gott brauchen. Und Gott tut uns irgendwie ein Gefallen. Es ist alles so ein Akt der Güte. Je mehr wir von Gott lernen und über Gott lernen, je mehr realisieren wir, dass Gott uns braucht. in vielen Wegen, die wir gar nicht schätzen und anerkennen. Auf die gleiche Art, wie Eltern ihre Kinder brauchen und sie unterstützt werden von ihnen. Wir alle haben viele Freunde. Wir kennen den Ausdruck Blut ist dicker als Wasser. Es ist eine spezielle Bindung zwischen Ehepartner und zu ihren Kindern. Kind zu Kind. Was ich vorschlage ist, Gott hat Millionen von Kreaturen, die er geschaffen hat. Wahrscheinlich schöner und und wundervoller als wir sind. Und da gibt es ein Vers, Gottes Augapfel sind wir. Diese Kinder, die unfreundlich respektlos sind und wenn wir dann erwachsen werden, und wenn wir zum Ende kommen, realisieren wir, dass diese Kinder nicht unfreundliche Kinder sind, sondern das waren die Eltern. Und unsere Aufgabe ist, damit, dass wir selber uns kennenlernen, dass wir lernen. Ich würde schaffen, ich würde ein Geschöpf schaffen und ich hätte das ganz anders gemacht. Und unser Werk ist, Gottes Verhalten zu studieren. Genau gleich wie die Eltern, wenn die Eltern nicht gut funktionieren, dann werden die Kinder auch so. Oder wir sehen Gottes Perfektion. Und das ist nicht einfach, das zu sehen. Und das ist meine Antwort auf diese Frage. Ich würde jetzt hier aufhören und ... sagen, es ist schwierig, Gott nicht funktionierend Ist es wegen unserer eigenen funktionierenden Erfahrungen in der Familie? Wir sehen Gott als nicht gut funktionierend, weil wir selber nicht gut funktionieren. Ist es das, was du meinst? Weil der Mensch neigt dazu, Gott als nicht richtig funktionierend zu sehen. Es gibt in Englisch ein Spruch, ein bisschen Wissen ist sehr gefährlich. Wenigstens können wir das Konzept selbst verstehen. Wenn wir Amateure sind, wenn wir etwas lernen, und sie denken oft, sie wissen mehr, als sie wirklich wissen. Und wir nehmen dieses Prinzip über diese Frage. Und ich habe gefragt, wenn du erschaffen würdest, wie würdest du machen? Ich würde das nicht so machen, haben die meisten gesagt. Das ist ja, das macht ja keinen Sinn. Das ist ja nicht mal gerecht. Und das ist dein Verständnis über Gott. und ich sage, der Grund, warum du das so siehst, weil du denkst, du bist ein Experte, weil du hast ein Buch gelesen oder einen Vortrag gehört über Equality, über Gleichberechtigung. Und jetzt schauen wir auf Gott und dann denken wir, Gott verfehlt den Test von Gleichberechtigung. Und das ist der Grund, warum wir dieses Nicht-Funktionieren von Gott sehen oder meinen. Und ich denke, je mehr wir über Gleichberechtigung lernen, sehen wir, wie Gott handelt und unsere Sicht von Gott und seine Handlung dass wir dann zusammenkommen in dem Wissen. Also wir haben angeschaut, wie Gott schafft und hoffentlich sehen wir auch den Sinn dahinter, warum das er so gemacht hat. Wir haben nicht jeden Punkt der Gleichberechtigung durchleuchtet. Wir haben durchleuchtet. haben uns nur auf einen Teil fokussiert, zum Beispiel, wie sieht es aus, mit Gott zu regieren? Und wie können wir Gott gleich sein? Und deshalb habe ich euch dieses Beispiel gegeben, zu verstehen, dass wir wenigstens anfangen zu verstehen, was für ein Gott für einen Plan hat mit uns, weil wir haben das nicht erfunden, sondern das sind alles Zitate. Und ich denke, dass Leute sagen, wahrscheinlich verstehen wir nicht, was das heißt, weil wir haben ein falsches Verständnis von Gleichberechtigung. Also, hoffentlich haben wir mit diesen zwei guten Fragen und diesen simplen Antworten aufgezeigt, dass wir sehen, also, dass Gott vielleicht dysfunktional ist, dass wir darüber nachdenken. Ich würde das so beantworten. Das, was aussieht, wie wenn es nicht funktionieren würde, basiert auf unserem Unwissen, auf unserer Unwissenheit und Mangel an Weisheit. Dass Sachen, die vorher keinen Sinn gemacht haben, dass wir jetzt sehen, wie Gott wirkt und auch wenn wir noch nicht ganz genau definiert haben, wie wir mit Gott regieren, können wir die Logik dahinter sehen, weil wir alle erfahren haben, die schlechten Verhalten unserer Eltern, wie wir ihnen näher kommen wollten in Erwachsenenalter und wie sie uns aber klein gehalten haben oder wollten. Und hoffentlich können wir das verstehen, dass unsere Eltern verfehlt haben und der Erfolg von Gottes Plan im Vergleich das hilft uns zu verstehen, wie Gleichberechtigung funktioniert und wie Hierarchie funktioniert. Wir schliessen mit einem Gebet. Heiliger Gott, wir danken dir. Heiliger Gott, wir danken dir, dass du alles in deiner Kontrolle hast, über meine Schwachheit und meine Dummheit. Und trotzdem, wenn wir dich besser verstehen und wir uns besser verstehen, beginnen wir zu verstehen, dass du einen Plan hast, damit wir näher zu dir kommen. Und dass wir schauen mit Freude auf diese Zeit und dass wir dir näher kommen. Und ich bete für diese Erfahrung für jeden von uns. Im Namen Jesu. Amen.